Ja, leb wohl. Ja, das ist eine Donnerbüchse, das ist eine Pistole. Ah, hier steht es diesmal, Donnerbüchse, einhändig. So, da hast du jetzt auch zwei Donnerbüchsen. Ah, können wir deine Schwerter vielleicht eintauschen gegen außergewöhnliche Schwerter? Nein, aber ich weiß, was wir dir geben können. Weil Eder führt es gerade nicht, nein. Ja, so geht es auch. Du führst eine außergewöhnliche Akkibuse schon, okay. Da. Das Schwert kriegst du mal. Haben wir noch ein besonderes Schwert? Das ist ein Zweihänder. Das ist ein Morgenstern, ein Zweihändiger, das ist ein Bogen. Naja, das heißt, du kriegst noch ein außergewöhnliches Schwert. Für den Fall, dass du doch mal in den Nahkampf musst. Ja. Sicher ist sicher. Gut. Ich habe die Doreen ausgelöscht, um Sayuka zu schützen. Fluttenmeisterin Kaya war begeistert. Jetzt kann die Abholzung so richtig beginnen. Sie hat mich für meine Anstrengungen reich belohnt. Ja, mit Böllern. Was heißt, jetzt kann die Abholzung so richtig beginnen? Wollen sie aus der ganzen Insel eine Stadt machen, oder was? Sollte aber wenigstens mal in einer Reputation nichts gebracht haben. Supi. Dann verlassen wir jetzt mal die Stadt. Ebers Meer. Okay, wir werden angegriffen. Du hast kaum den Hafen von Sayuka verlassen, als eine schnittige Halbgeile ihre Backbote auftaucht. Sie fährt schnell und mit wenig Tiefgang, bleibt aber auf Distanz, als sie sich dem Land nähert. Sie hat auf jeden Fall beobachtet das Schiff mit grimmigem Gesicht von der Reling aus. Als das Schiff dreht, um dich zu verfolgen, erkennst du es als die Freude der Misere Malnias Schiff. Ihre Kanonen scheinen nicht bereit gemacht und sie scheint eher längsseits zu kommen, als sich angreifen zu wollen. Offensichtlich will die Hohe Königin der Seetäufe reden, Käpt'n. Bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, aber wenigstens bedeutet das, dass sie nicht in Sayuka ist. Sie einfach ans Ohne lehnt sich leicht zurück und er massiert sich den Nasenrücken. Als die Freude der Misere beidritt, steht Malnash an der Reling, mit einer mit grauem Pelz besetzten Hand, fest um eine dicke Hanfleine gehalten. Sie verbeugt sich tief, zieht ihren Hut und wirft ihn einem ihrer Matrosen zu. Ach ja, stimmt. Malnash war ja auch ein Orleaner, deswegen ist die Pelz besetzt. Musik 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 Das sind viele Leute, scheint sie nicht entdeckt zu haben Dass wir uns hier über den Weg laufen, Captain Was für ein Zufall, besonders wohl wir Remaros Spuren bis zu diesem Felsen hier verfolgt haben Du wirst nicht versuchen, mich um mein Kopfgeld zu betrügen Meiner schneigt ihr mit grauen Ferien über sich den Kopf zu dir Ihre Hände an ihren Hüften und in der Nähe ihre Waffen Lügen, ich habe Remaros getötet Du weißt, wie ich zu deinen Bossen stehe Willst du es wirklich darauf anlegen? Remaros ist schon lange weg, lass es gut sein Rema, wer, von wem redest du? Angreifen, genug geschwätzt Nehmen wir mal die zwei Sie hat ja noch nie alle Tassen im Schrank, Captain Meiner's Lippen ziehen sich über ihre spitzen Zähne und zucken Sie beugt sich leicht nach vorne, als würde sie sich auf die stürzen wollen Aber stattdessen richtet sie sich auf Schließlich zuckt sie mit den Schultern So wie ich das sehe, würde es nicht jucken, wenn ich einen Verräter ausweide Selbst wenn du das bist Remaro ist schon lange weg, lass es gut sein Witzig, ich dachte, ein Wächter hätte bessere Instinkte, als sie mit einem bekannten Verräter einzulassen Sie schießt mit ihrem Kopf Es soll wohl betrübt wirken, aber sie macht sich nicht die Mühe, ihr Grinsen zu verbergen Scheiß drauf, wir machen erst dich fertig und da knöpfen wir uns Remaro vor Macht keine gefangenen Leute Bistone und See werden gezogen und Meiner's Spinnensatzung greift an Och süß, sie hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mann Und sich selber, wir haben da oben Zwei Leute Wir haben hier noch jede Menge Leute Wir haben Kanonen Nur nicht am Heck So, der Käpt'n ist tot, was wollt ihr jetzt machen? So, alle down, alle down Und noch mehr Beute Außergewöhnliche Sachen lassen sich gut verkaufen Da bin ich froh drüber Außergewöhnlicher Plattenpanzer Und ne außergewöhnlicher Ambalis Ja Ich find's lustig, meine Segel sieht man ihre nicht Aber das ist wahrscheinlich auch besser so Kann ich nicht einfach ihr Schiff behalten? Das sieht schöner aus als meins Und ja, ich weiß, ich hab meins selber gekauft Die sollte ruhig sein So Bekannte Orte Zicknacht Moor Ja, ne Tauchgang machen Na dann Wollen wir mal Du triffst an dem Ort vor der Küste von Sakuya ein Von dem dir der Korallenarmauer erzählt hat Du beugst dich über den Rand des Schiffes Und siehst ein schwaches Leuchten aus der Tiefe Tauchanzug anziehen und nach unten tauchen Du steigst in den Tauchanzug Und springst aus seinem Boden ins Wasser Du schwimmst zum Licht Und atmest dabei dank Iveras Erfindung Und frische Luft Während die tiefe Fels wird das Wasser immer dunkler Aber das Leuchten unter dir immer heller Resige Fischwärme umkreisen dich Beachte dich aber nicht weiter Weil kannst du die Umrisse eines Bauwerks am Meeresboden ausmachen Aus den Ruinen von Zicknacht Moor erhebt sich ein hoher Turm Und etwas, das wie eine kleine Anlegeplattform aussieht Als du dich den Turm erreichst Bemerkst du, dass eine schimmernde Barriere die Ruinung gibt Du streckst deine Hand durch die Barriere Und spürst nichts außer einem Prickeln auf deiner Haut Wie von einer statischen Aufladung Durch die Barriere gehen Du gehst durch die Barriere und stellst fest Dass die Ruinen trocken sind Und nicht überflutet, wie du eigentlich erwartet hast Du nimmst deinen Helm ab Atmest tiefst durch Und betrittst die Ruinen von Zicknacht Moor Ich oder meine ganze Truppe? Ich habe euch Mario immer gesagt Es gibt Luft unter Wasser Da hat es jedem Jahr schon schuldet mir eine Sohle Na gut, fett Mal wieder Wasser tropft durch einen Spalt im Fenster herein Dieses dunkle, schlammige Loch führt direkt zum Ozean Okay, die sind nicht schwer, die Jungs Here we go Of course Stand together Ja, ein paar Kollen und ein paar Fische So, der einzige, der gerade nicht verlangsamt ist Ist Ischisa Weil der fliegt Okay, es geht runter Interessant Wasserbecken Treppe nach unten Bin ich mal gespannt, wie tief dieser Dungeon jetzt wieder ist Hm Generation halt wütender Meeres-Troll Okay, hier sind Meeres-Trolle Das hier ist wieder etwas größer, muss ich sagen Ja Dietrich-Kosten Einer im Lager Haben wir 90 Können wir aber auch erstmal zulassen Erstmal immer die offenen Türen angucken Okay, eine kleine Lago-Fett und Radflossen-Armee Oh, da ist unser wütender Meeres-Troll Äh Etter, schmeiß den bitte um Seraphim Kontrollier ihn bitte Danke Du, zieh dich zurück und teile dich So, jetzt warten wir, bis das hier abklingt Und es hat ihn zermatscht Gott Lago-Fettleber Und anderes Zeug Das hier sieht aus wie eine natürliche Höhle Wahrscheinlich fast schon Schlüssel für Unterwasser-Kerke Aha, da brauchen wir schon mal den Dietrich nicht Ich glaube jetzt Let Yang No